Einen wunderschönen guten Tag, liebe und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag und habt Lust auf ein wenig F1 Action. Wir gucken mal, wie es hier so läuft. Wir sind auf P11 am Ende der Geraden, das ist okay. Und fahren hier in Mexiko. Eine wunderschöne Rennstrecke. Und trotz fettem Quersteher sind wir auf P1 nach den ersten Kurven. Läuft. Knapp Hintervall. Da debaut das. Er zählt ja ohnehin unglaublich stark aktuell. Oha. Läuft. What? Ich bin auf P1. Ich mag Mexiko einfach. Wahrscheinlich auch ein cooles Land, aber ziemlich primär auf die Rennstrecke. Trotzdem Mexiko. Unglaublich geil. Oh, Quersteher. P1. P1, Dave. P1. Yes, you did it. Geil. Sebastian Vettel ist auf Platz 5 und ein Racing Point auf der 6 und auf der 12. Red Bull auf 4 und 8. Er hat irgendwie alles ein bisschen durcheinander gewirbelt. Ganz vorne weiter debaut das. 10 Punkte von Lewis Hamilton. Wir haben keine Chance mehr auf den WM-Titel. Das sind nur noch drei Rennen. Aber hätte ich jetzt nicht wirklich auch erwartet, da ohne WM-Titel mitkämpfen zu können. Stattdessen würde ich B3 sichern. Und wenn es Sepp Vierter wäre, wäre das nochmal ein Bonus. Wir haben 444 Punkte in der KWM. Aktuell recht sicher vor Red Bull. Und mal gucken, ob Hamilton seinen Vorsprung heute ausbauen kann oder nicht. So Leute, auf geht's. Wir haben insgesamt 18 Runden, glaube ich. Das schaffen wir hoffentlich. Auf ein gutes. Mitten und Bottas. Weiten da jetzt auf jeden Fall in den Cover 1 hinein. On a roundy outside. Go safe gaming. Schön außen. Platz lassen viel. What? Alter. Okay, das ist eine dezente Führung gerade hier. Ein dezenter Vorsprung. Läuft. Das kann gerne so weitergehen. Übelst verbraked. Trotzdem noch vorne. Easy peasy. Lemon squeezy. Wir müssen ja mit ihm kommen dran. Der ist jetzt eine 16.1 gefahren, wo ich eine 16.4 hatte. Das gefällt mir nicht. Wir müssen ja mit ihm kann angreifen. Aber nicht vorbeirücken. Nicht vorbeikommen. Ha. Let's go. Sieht gut aus. Wir bleiben vorn. Der Abstand ist hier aus der letzten Kurve heraus recht hoch, ne? 6, 7 Zehntel. Ist eigentlich ordentlich. Das Problem ist halt einfach, dass man hier durch DRS so unglaublich viel Zeit gewinnt. Und natürlich auch durch Windschatten. Nervous Hamilton ist hier dran. Kann der jetzt außen sich schön breit machen. Ja. Außen ist schon eine ganz gute Linie, finde ich da. Wer darf jetzt auch nur noch außen dort verteidigen. Und, äh, ja, wir werden jetzt erstmal an Lewis Hamilton dranbleiben. Hoffentlich. Oh. Und dann, das war zu viel Körb. Äh, und dann hoffentlich die Batterie ein bisschen volllaufen lassen und wieder zurück überholen können. Mal schauen. Am Ende dieser Runde ist der Boxenstopp angesagt. Deswegen überlege ich gerade, was wir eventuell noch in dieser Runde machen. Wir möchten keinen Querstör, wir bleiben dahinter. Alles gut. Fahren wir nochmal kurz, wie er ist. Kühlen den Motor. Aber wir kommen im zweiten Sektor gut ran, ne? Schon krass. Also, eventuell könnt ihr halt wirklich ein Überholmanöver gleich starten. Ach, das verliert auf jeden Fall gerade schon mal wieder ein bisschen Zeit. Der hält sich gerade so im Sekundenfenster. Aber wenn es jetzt an die Box geht, werden wir auf P19. Wir machen's. Wir gehen in diese Runde rein. Max Verstappen ist auch drin. Carlos Sainz ebenfalls. Sergio Perez ist draußen geblieben. Interessant. Na, komm. Oh, das hat alles so lange gedauert. Okay, jetzt ist Hamilton, glaube ich, noch einen Ticken weiter weg. Vielleicht hab ich Glück und der läuft noch auf Latifi oder Russell. Das ist auf. Na, mal schauen. Oh, ist auf jeden Fall schon ein ordentlicher Abstand jetzt. Boah, Junge. Das tut weh. Zwei Sekunden. Schmerzhaft. Okay. Das Ding ist, ich konnte jetzt sehr gut mit Sprit und DRS in den ersten zwei Zonen und ERS hier die Lücke wieder zu fahren. Jetzt sind wir wieder unter eine Sekunde weg von Hamilton. Das ist schon ordentlich. Ja, und jetzt muss ich natürlich nochmal neu ansetzen, bisschen Energie hier wieder ansparen und dann können wir hoffentlich Lewis Hamilton angreifen. Aber das sieht schon sehr gut aus, wie wir hier wieder rankommen. Boah, das ist über eine Sekunde weg. Das ist ein bisschen schade, weil wäre cool, wenn die da gegeneinander fighten würden. Aber dass man beim Boxenstopp hier in der Runde, in der wir drin waren, Zeit verloren hat, kam jetzt Sepp zugute. Denn der ist jetzt an Max Verstappen vorbei. Was richtig gut ist. Und der hat die Chance, den anderen Mercedes zu holen. Und vielleicht haben wir jetzt die Chance, Lewis Hamilton zu überholen und ihn in Sepp ein bisschen reinzudrängen. Das wird aber, glaube ich, schier unmöglich sein. Ich muss einfach alles auf Sieg jetzt setzen und vielleicht haben wir Glück. Und holen zwei Podiumsplätze mit Ferrari. Das wäre super geil. Antonio Giovinazzi ist jetzt auf jeden Fall gerade mal der Bottleneck hier für die Gruppe. Wodurch wollte ich auch, dass eventuell noch mal etwas rankommen könnte. Und, boah. Ich bin auch so da dran, das ist der Wahnsinn. Hat alles sehr viel Zeit gekostet. Jetzt ist eigentlich die Chance da. Er hat zwar auch DRS, aber wir haben DRS und Windschatten. Wir bleiben hier direkt dran. Und erst später auf der Geraden wird alles gezündet. Let's go. Gelb. Und es ist direkt wieder grün. Und weiter über das mit Problemen. Gelb. Ich habe keine Ahnung, wie ich es jetzt regeltäglich hätte handhaben dürfen oder nicht. Aber ich bleibe einfach mal dahinter. Wir haben auf jeden Fall Louis Hamilton viel Zeit gekostet. Und damit ist Sebastian Vettel wieder dran. Ich spreche es bewusst mal so aus, wie es die britischen Kommentatoren anfangs immer wieder getan haben. Weil ich es irgendwie ganz lustig finde. Ja, Louis Hamilton wird in der nächsten Runde auf jeden Fall kein DRS werden. Das wird ein bisschen easier, dann hier vorbeizukommen. Oh, Louis Hamilton zieht da für einen Moment nochmal weg. Halbe Sekunde Abstand. Auf geht's. Die Chance ist da. Dreizehntel. Zweizehntel. Da ist Walter Rebottas. Louis Hamilton könnte eventuell hier kontern. Kann er nicht. Wir schicken ihn nach außen. Sebastian Vettel auch direkt dran. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass Sebastian Vettel damit durchrutscht. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen sehr breit gemacht gegen Hamilton. Und Louis Hamilton verliert jetzt hier Zeit beim Exit. Jetzt muss ich alles geben, um über eine Sekunde wegzukommen. Let's go. Er hat zwar hier DRS. Aber vielleicht, wenn ich hier ERS gut einsetze. Ja, da könnten wir ihn aus dem Sekundenfenster rauskicken. Und dann hätte Sebastian Vettel die Chance, auf P2 zu landen. Der Ferrari Masterplan. Er könnte aufgehen. Egal, wir sind über eine Sekunde weg gewesen von Hamilton. Sebastian Vettel jetzt mit der Chance, Louis Hamilton hier anzugreifen. Auf der langen Geraden. Eine halbe Sekunde Abstand zwischen den beiden. Kann Sebastian Vettel hier vorbeiziehen oder nicht? Das ist natürlich jetzt die Frage. Er kommt nur bedingt näher Louis Hamilton. Aber auch nur bedingt näher ran an mich. Motortemperatur sieht extrem gut aus. Keine Probleme an der Front. Und jetzt ist Sepp dran. Dreizehntel Sekunden der Abstand zu Louis Hamilton. Die Chance ist da. Ferrari 1, 2. Das wäre ein absolutes Highlight. Ne. Noch nicht. Aber vielleicht gleich. Mal schauen. Muss auf jeden Fall wieder viel Power nutzen, um hier wegzukommen. Hamilton darf kein DHS haben. Oh Mann, ich... Boah, das untersteuert aber auch mittlerweile wieder ein bisschen. Dabei haben wir nicht mal wirklich viel Abrieb auf dem Reifen. Mann. Louis Hamilton jetzt mit der Chance wiederum... ... sich hier die Führung zurückzuholen. Ich komme weit raus. Ne. Das kann er nicht. Will in die Tat umsetzen. Sebastian Vettel könnte jetzt in den Windschatten. Entscheidet sich dagegen. Boah. Also wenn Sepp jetzt auch gegen Hamilton fightet, das würde mir auf jeden Fall gut unter die Arme greifen. Sepp, do it. Greif den Mercedes bitte an. Nein. Sebastian Vettel ist raus. Nein. Mann. Es hätte so cool sein können. Egal. Max Verstappen, Louis Hamilton. Gebt euch höchstens noch ein Jahr und dann habt ihr euch richtig lieb und werdet euch sehr, sehr oft rammen. Fangt doch jetzt damit an. Okay, wollen sie nicht. Schade. Sebastian hat ein Problem, er ist aus dem Rennen. Ja, I know. Was darf denn den Windschatten geben? Let's go, hol dir den Mercedes, mate. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Das könnte klappen die beiden fighten gegeneinander. Oh, und Louis Hamilton kommt da zwar noch durch und ist noch auf P2, aber hat sie Zeit verloren. Definitiv. Ist auf jeden Fall cool, wenn wir hier weiterhin vorne bleiben und die beiden weiterhin fighten. Das wäre absolut okay. Das wäre absolut okay. Letzte Überholchance für Louis Hamilton. Würde nicht fruchten. Denn der Mercedes ist viel zu weit weg. Siebenzehntel, fünfzehntel. Beides Abstände, aus denen er nicht nochmal angreifen kann. Und damit sind wir durch. Leute, 25 Punkte. Aber das hätten 43 sein können. Schade. Louis Hamilton übernimmt damit die WM-Führung. Zwei Rennen vor Schluss. Boah. Und ja, wir haben hier 275 Pünktchen. Läuft. Leider hat Sepp nicht ganz 200. Wegen DNF. Naja, macht mal nix. Aber 469 auf dem Punktekonto. Heißt, wir haben 81 Punkte Vorsprung vor den letzten zwei Rennen. Heißt, 88 Punkte können maximal geholt werden. Acht Punkte noch holen und wir sind safe for Red Bull. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dieser Episode mit F1 2020. Wenn du so bist, das könnt ihr auch noch oben da gerne aborauskommen. Beim nächsten Video dabei sein und falls ihr euch wundert, hey, warum nur 1,25% Rennen? Es war unfassbar viel los. Und wir testen auch mal, wie es denn so ankommt, wenn man 1,25% Rennen in der Folge hat. Tschüss, tschüss. Bis demnächst und viel Spaß mit den Replay-Bildern.